Ja, es ist für uns wieder so eine kleine, aber feine Ausstellung, wo man Neuheiten zeigen kann und alte Kontakte pflegen kann. Wir haben uns eine neue Richtmaschine dabei zum Vorführen, weil die Kunden müssen es einfach mal sehen, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv. Da wird dann nochmal bewusst irgendwie eine Stange krumm gedreht, um zu testen, ob sie danach auch wirklich gerade ist. Und das funktioniert in der Regel und das ist dann sehr positiv.